Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Wir machen noch ein drittes Tier tatsächlich dieses Jahr, weil, ja, habe ich Bock drauf. Und zwar handelt es sich hier um diesen hübschen Gesellen oder Gesellin. Ich bin nicht gut genug darin, die beiden Geschlechter vom Schwarzstorch auseinanderzuhalten. Das geht optisch zwar, ist aber nicht so ganz einfach. Die sehen sich ziemlich ähnlich. Also würde ich jetzt sagen, dass wir da auch nicht viel Zeit damit verschwenden, uns darüber Gedanken zu machen. Jedenfalls handelt es sich hierbei um einen richtig echten Waldvogel, der in alten Laubwäldern gerne mit Eichenanteil unterwegs ist und gerne eben auch in Laubwäldern, die auch gewisse Feuchtgebiete aufweisen, wie zum Beispiel stehende und fließende Gewässer, klein bis mittelgroß und gerne darf da eben also auch mal ein Tümpelchen für den Froschimbiss oder ein paar leckere Kaulquappen oder vielleicht Molch oder ähnliche leckere Dinge durchaus vorhanden sein. Hin und wieder mag er auch ganz gerne mal Insekten oder deren Larven, so was in die Richtung. Und er frisst auch ein klein wenig anteilig Wasserpflanzen, vermutlich um irgendwelche Mangelernährungsprobleme bei nur fleischlicher bzw. tierischer Nahrung entgegenzuwirken. So zumindest die Theorie. Ob das stimmt, wissen wir nicht genau. Ja, auffällig bei der Erscheinung des Schwarzstorchs ist sein glänzendes, metallisch schimmerndes Gefieder. Das haben nur Altvögel, das hier ist ein Altvogel, Jungvögel sind noch matt und haben noch nicht diesen schönen Schimmer auf den Federn, der eben so ins Kupfergrün, so bläuliche Elemente und ja, ihr seht es hier ja selber, also wirklich eine wunderschöne Schimmerung erreichen kann. Übrigens die roten Füße, die hier gerade schön zu sehen sind, wie auch der rote Schnabel und die rote Augenpartie, die sind besonders ausgeprägt während der Aufzuchtphase, also während der Brutphase sozusagen, und der Aufzuchtphase der Jungtiere. Das soll wohl vielleicht, so die Theorie, dazu dienen, dass man dem jeweiligen anderen Partner, äh, Partnerin besonders gut gefällt. Zumindest ist das, wie gesagt, eben so eine Theorie, warum die ausschauen, wie sie ausschauen. Sie sind dann, wenn sie eben nicht, und wenn sie so zum Beispiel unterwegs sind, das ist ja ein Zugvogel, dann sind sie etwas weniger rot und etwas unscheinbarer bemerkenswert. Und übrigens für den Schwarzstorch selber wohl auch als attraktiv angesehen sind die weißen Unterfedern, vor allen Dingen die weißen Unterschwanzfedern. Die können nämlich nochmal besonders abgespreizt und hervorgehoben werden. Das macht unser Exemplar hier leider nie. Aber das dient dann vor allen Dingen auch der Kommunikation mit Artgenossen und dem Angeben. Rituelle Kämpfe zwischen zum Beispiel konkurrierenden Männchen um ein Brutrevier, das sind streng territoriale Vögel, die genau ein Revier bewohnen und dieses dann auch verteidigen. Selten mit Gewalt, aber eben durch das Präsentieren ihrer sehr minutiös und intensiv gepflegten Befiederung. Der Schwarzstorch verbringt enorm viel Zeit mit der Federpflege, wie wir hier bei diesem Exemplar auch durchaus sehen können. Die meiste Zeit, die wir ihn gefilmt haben, das sind jetzt insgesamt so ungefähr 7 Minuten 30. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine Frau. Und ja, die meiste Zeit ist er wirklich damit beschäftigt, wenn er gerade nicht ein paar Schritte läuft, sein Gefieder absolut in Schuss zu halten und ja, irgendwie muss dieser metallische Glanz ja zustande kommen. Das braucht dann schon eine gewisse Pflege. Der Schwarzstorch ist einer unserer zwei heimischen Störche, beziehungsweise teilweise heimisch, das sind bekanntermaßen beides Zugvögel, wie ich ja schon gesagt habe. Er ist der deutlich seltener anzutreffende Storch. Allerdings ist er eigentlich auch nicht bedroht, steht auf der weltweiten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten unter nicht gefährdet. Und das stimmt dahingehend, dass sich der Bestand durch menschliches Zutun nur ganz wenig bis gar nicht, also netto gar nicht, ganz wenig in manchen Regionen und eben wiederum hat er auch in anderen Regionen wieder zugenommen, also netto tatsächlich eben gar nicht durch den Einfluss des Menschen beeinflussen ließ, beziehungsweise abgenommen hat durch uns. Und damit sind wir ausnahmsweise mal nicht schuld daran, dass es vom Schwarzstorch gerade mal 40.000 Exemplare weltweit gibt. Das ist einfach eine vergleichsweise individuenschwache Tierart. Das macht ihn dann schon irgendwo gefährdet, weil einfach auch der genetische Austausch da bei so einer vergleichsweise kleinen, für die globale Population, bei so einer vergleichsweise kleinen Individuenzahl schwierig sein kann. Das heißt, die Storche müssen sich schon Mühe geben, dass sie sich nicht so sehr unter verwandten Tieren verpaaren und da eben die genetische Vielfalt der Schwarzstorchpopulation aufrecht zu erhalten. Das würde man den Störchen zumindest raten, dass sie das vielleicht tun. Storchvögel generell kann man wunderbar daran erkennen, dass sie zu den Schreitvögeln gehören. Überraschung. Sie stehen auch gerne mal auf einem Bein rum, haben den charakteristischen langen Schnabel und im Flug strecken sie sowohl den Hals nach vorne komplett durch, als auch die Beine nach hinten. Dazu hätte ich hier an dieser Stelle schon mal ein Bildchen zum Einblenden. Ja, können wir dann hier sehr schön erkennen. Da sieht man also wunderbar die Silhouette. Typisch für Storche sind auch die Finger, sozusagen die ausgestreckten Endfedern an den Schwingen, dass diese ja so schön gefiedert sind und eine wunderbar wirklich prächtige Erscheinung, gerade auch im Flug, gerade mit den weißen Unterfedern. Er ist auf den ersten Blick, gerade bei der Nahaufnahme, vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aufgrund eben des etwas roten Gesichtes und ja, den Schuppen im Gesicht, wenn man das dann so nennen möchte. Aber ja, er soll ja auch nicht für uns attraktiv aussehen, sondern bitte schön für das jeweilige andere Geschlecht von Schwarzstörchen. Ich finde, das ist ein hochgradig attraktiver Vogel, gerade auch mit diesem wunderschön schimmernden Gefieder, was er dann halt auch im stehenden Zustand aufweist. Übrigens, und bevor ich es vergesse, die Störchaufnahmen, die hier von uns selber, beziehungsweise von meiner Frau sind, die sind natürlich aus dem Tierpark. Wir sind beides keine Tierfilme und haben auch nicht den Anspruch, Tiere in der freien Wildbahn, also wo es geht, natürlich gerne, aber den ewig lange aufzulungern, um dann seltene Aufnahmen von einem Schwarzstörch aus der freien Wildbahn hinzubekommen, das ist sicher nicht unser Anspruch. Also man sieht es ja auch gleich, der hat einen Ring am Fuß. So, das wollte ich sagen. Der Schwarzstörch ist übrigens der zweitgrößte Störch, den wir haben. Wir haben ja auch nur zwei und da drüben steht der Kollege, nämlich der Weißstörch. Den haben wir sicher alle schon mal gesehen, spätestens als er uns gebracht hat, weil bekanntlich werden wir ja alle vom Störch gebracht. Dass die gerne mal auf einem Bein rumstehen, kommt auch beim Weißstörch wie beim Schwarzstörch vor und ist generell einfach ein Charakteristikum der Störche. Das haben viele Schreitvögel, da sind die Störche auch nicht alleine mit. Und ja, der Weißstörch ist etwa 15 bis maximal 20 Prozent schwerer als der Schwarzstörch und der hat etwa 10 Prozent größere Gesamtabmessung, vielleicht noch einen Hauch mehr Spannweite, als das beim Schwarzstörch der Fall ist. Dafür ist der Schwarzstörch mit seiner etwas kleineren Spannweite und seiner waldlebenden Lebensweise etwas ein geschickterer Flieger. Er ist etwas mobiler, etwas agiler, nicht unbedingt so ein wahnsinnig toller Langstreckenzieher. Also das ist er auch, aber vielleicht hat er da ein ganz paar Abstriche im Vergleich zum Schwarzstörch, die er da sich zugestehen muss. Aber er hat zum Beispiel gelernt, mit halb eingeklappten Flügeln zu fliegen. Also stellt euch vor, wenn ihr Flügel hättet, also sprich, streckt mal die Arme aus und jetzt versucht die Ellbogen nach oben einzuklappen, sodass die nach oben ragen. Dann habt ihr zwei Halbflügel und seht quasi aus wie ein verunglücktes M. Wenn man auch den Kopf wegretuschiert. Ich wollte gerade abschneiden sagen, aber das wäre schlecht. Also nur den Kopf wegretuschieren, bitte. Und ja, dann werdet ihr ungefähr so aussehen, wie ein Schwarzstörch im Waldausweich zwischen den Bäumen durch Passflug. Und das Ganze sieht dann möglicherweise folgendermaßen aus. Ja, da er im Wald gut fliegen kann, hat er sich auch darauf spezialisiert, sich im Wald gut zu verstecken. Vielleicht hat das auch mit einen Grund, für die eher unauffällige Gefiederfarbe. Den musst du im tiefen Wald erst mal entdecken. Trotz roter Beine und rotem Schnabel muss man schon genau hingucken, um einen Schwarzstörch zu entdecken. Möglicherweise könnte auch die Reflexion seines Gefieders, also dieses metallische Schimmern, auch eher einen Kamouflagezweck haben. Also mal abgesehen davon, dass man damit weibliche Störche beeindrucken kann. Aber er lebt halt wirklich massiv im Wald, in allem, was er so tut, während er sich in der Brutzeit bei uns befindet, ist das ein reiner Waldvogel, hin und wieder natürlich auch mal an den kleinen Gewässern außerhalb des Waldes anzutreffen. Aber viel lieber sind ihm eben Gewässer im Wald, wo er dann schnell auch wieder zwischen den Bäumen oder in den Baumkronen verschwinden kann. Und genau da habe ich auch meinen einzigen Schwarzstörch, den ich bisher jemals in der Freien Wildbahn antreffen konnte, entdeckt, nämlich an einem Tümpel im Wald. Da saß er und hat sich vermutlich Fische gefangen und als ich dann ankam in Begleitung von noch einer zweiten Person, ist er fast lautlos mit einem kleinen Protectskräzen davon geflogen. Apropos Kräzen, sein Kollege hier, der Weiße, der kann das gar nicht. Der Weißstörch ist wirklich darauf angewiesen zu klappern. Man kennt ja dieses Klappern vom Weißstorch sicherlich. Während der Schwarzstorch nebenklappern, das kann er auch. Das dient einmal der Aggression, um Feinde zu vertreiben und zweitens der Erregung, also sexuell, kurz vorm Koitus. Also wenn ihr sowas hört, dann ist es wahrscheinlich ersterer Grund. Vermutlich. Aber ansonsten hat er noch ein breites Repertoire verschiedener Lautäußerungen, mit denen er eben vor allen Dingen auch innerartlich und zusammen mit seiner Partnerin, seinem Partner kommunizieren kann. Also ein durchaus vielfältiger Vogel mit verschiedenen Tönchen. So, jetzt gehen wir mal chronologisch vor. Und das Leben eines Schwarzstorches beginnt natürlich im Horst seiner Eltern. Das da ist ein Schwarzstorchhorst. Schwieriges Wort. Das ist fast schon ein Zungenbrecher. So, die Dinger können sehr groß werden und auch sehr schwer werden. Es kommt also durchaus mal vor, dass auch der Ast, an dem ein Horst montiert wurde, dann mal runterkracht. Er wird jedes Jahr von den sehr territorialen Schwarzstorchen gerne mal noch ein bisschen erweitert, gehegt, gepflegt, ausgebaut. Und ja, die können mitunter dann auch wirklich so richtig, richtig schwer werden. Zur Paarbildung beim Schwarzstorch muss man sagen, dass schon eine Balz, Brunft ist was anderes, falsche Tierart, durchaus stattfindet. Dadurch, dass die Tiere aber sehr territorial sind und ihr Leben lang an mehr oder weniger den exakten Ort zur jungen Aufzucht zurückkehren und zu ihrem Horst zurückkehren, den sie dann länger gepflegt haben, kommt es durchaus öfters mal vor, dass sich die Paare einfach wieder so zusammenfinden, wie das letztes Jahr auch gewesen ist. Der Schwarzstorch ist nicht zwingend streng monogam, gar nicht. Es kommt auch während der jungen Aufzucht durchaus mal vor, dass da, beziehungsweise während der Paarungsphase, kommt es auch mal vor, dass sich da noch irgendjemand anders an der Paarung beteiligt. Aber im Großen und Ganzen würde man sagen, ungefähr so monogam wie Homo sapiens. Dürften sie dann doch etwa sein, einige von uns sind es mehr, andere von uns sind es weniger. Das verhält sich beim Schwarzstorch ganz ähnlich. Und ja, es ist übrigens durchaus so, dass das Männchen Vorarbeit, was den Horst angeht, leistet und das Weiblein dann später nachkommt. Die Männchen fliegen etwas früher zurück aus Afrika, die überwintern unter anderem in Afrika und sind dann halt schon da und überbrücken einfach die Zeit, bis die Weiblein antreffen, damit dass sie bereits anfangen, ein bisschen Horst anzulegen. Die Arbeit, die das Männchen da investiert, die macht sich auch bezahlt, beziehungsweise ist eigentlich nur fair, im Sinne von einer gewissen Gleichverteilung, weil das Brutgeschäft von den Eiern, das sind unscheinbare weiße Eier, da blende ich jetzt kein Zeichen, das ist nicht weiter interessant, zwei bis drei, meistens zwei, selten mal drei. Hier gibt es drei Jungküken, das ist also eher bemerkenswert großer, Ausbeute sozusagen. Und diese Eier werden größtenteils vom Weitchen gebrütet. Das Männchen macht das auch hin und wieder mal, aber tendenziell deutlich weniger, vielleicht zu 20% der Zeit, damit das Weibchen sich mal was zu fressen holen kann. Je nachdem, wie gut sich das Storchpaar versteht, wird das Weiblein auch hin und wieder mal vom Männlein gefüttert. Das weiß man aber auch noch nicht, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Also beim Schwarzstorch besteht noch jede Menge interessanter Bedarf, das Sozialgefüge, gerade auch der Partner untereinander, mal noch genauer anzugucken. Das ist also ein wirklich hochgradig spannender Vogel, sehr komplex, gerade auch wegen seiner weiten Zugrouten. Sehr interessant, was er eigentlich dazwischendurch so treibt. Und aus meiner Warte aus gehört er dringend mehr untersucht. Jedenfalls übernimmt das Männchen, nachdem die Jungen dann geschlupft sind, fast ausschließlich in den ersten, sagen wir mal mindestens zehn Tagen, die Zeit, dass auf die Jungvögel aufpassen, nämlich durch Beschatten, sprich über den Jungvögeln stehen und die Flügel ausbreiten, damit denen nicht zu heiß wird, dass sie einfach Schatten haben. Oder das Hu dann, auf gut Deutsch, drauf sitzen und eben die Jungvögel durch die eigene Körperwärme, Vögel sind ja wie wir gleichwarme Tiere und produzieren eine ordentliche Wärme durch ihren Körper, damit eben die Jungvögel warm zu halten, damit die nicht frieren müssen, je nachdem, was ansteht. Das ist dann Aufgabe von ihm. Sie holt dann wiederum nach, was ihr an Nahrung fehlt und durch die Fastenkur, während sie halt fast ausschließlich gebrütet hat, dürfte das einiges sein, während er dann eben, wie gesagt, in der Zeit auf die Jungen aufpasst. Danach teilen sie sich den Job, beide sorgen für Futter, kümmern sich, nachdem die Jungtiere flügge sind, also sprich selber fliegen können, noch so drei bis vier Wochen drum und dann hat sich das aber auch erledigt. Die Jungtiere fliegen dann vor ihren Eltern instinktgetrieben Richtung Afrika oder wohin auch immer sie halt wollen und finden den Weg von alleine, so wie sie dann nicht unterwegs vor Unglücken, das kommt natürlich auch immer mal wieder vor, aber ja, das war es dann. Und die Altvögel lassen sich dann noch ein bisschen gut gehen, fressen noch ein paar leckere Wassertiere und hauen dann auch wieder ab nach Afrika. Das so mal grob zum Lebensablauf. Generell, was frisst so ein Schwarzstorch? Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Und dazu hat Wikipedia dieses schöne Bild hier zu bieten. Das kann man theoretisch auch noch größer machen, aber übrigens nur mal kurz am Rande angemerkt, ich blende die Bilder gerne so ein, weil das aus Urheberrechtsgründen absolut wasserdicht ist. Da kann einem also wirklich gar nichts passieren. Drum, ja, das ist nicht so hübsch, wenn man das Bild größer macht, allerdings wird es dann auch unschärfer, die Auflösung ist nämlich nicht so toll. Wie auch immer, jedenfalls ist das hier ein Vaniler-Schwarzstorch mit sehr großem Fisch und das ist ganz interessant, weil wenn sie so große Fische fangen, anders als früher mal vermutet wurde, werden die nicht mit dem Schnabel einfach aufgespießt, weil der ja zugegeben schon so aussieht, als könnte man das machen. Nein, die werden schon mit dem Schnabel eingeklemmt und dann quasi wie mit Stäbchen vom Japaner konsumiert, nur, dass der Vogel halt leider keine Arme hat, mit denen er da noch irgendwie was hantieren könnte. Daher kommt es vor, dass sie, wenn sie einen großen Fisch schlucken wollen, diesen Fisch in die Luft werfen, dann dreht er sich im Flug, sie fangen ihn wieder auf, in der Hoffnung, dass dann das zu schluckende Ende vom Fisch, also der Kopf, nach unten zeigt und dann kann das prima verschluckt werden. Sollte das nicht der Fall sein, muss das Hochwerfen und Auffangen eben so oft wiederholt werden, bis das gelingt. Wenn es ihnen zu blöd wird, gehen sie ans Ufer, legen den Fisch da irgendwo hin, drehen ihn sich mit dem Schnabel zurecht und fressen ihn dann. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Bevor wir es vergessen, hier dieser Juvenile-Schwarzstorch, also der ist noch jung, noch nicht geschlechtsreif, der könnte durchaus aber trotzdem schon zwei Jahre alt sein. Man erkennt schön die Jungtiere daran, dass sie halt eben eher gelbliche Füße und einen gelblichen Schnabel aufweisen. Die schöne Rotfärbung der Alttiere, also der adulten Tiere, ist hier noch nicht zu sehen. Und ja, als Schreitvogel fängt er seine Nahrung größtenteils dadurch, dass er einfach durch das Gewässer schreitet, also Schrittchen für Schrittchen, langsam und vorsichtig, um die Fische nicht zu stören. Und dann, wann immer er meint, da vor allen Dingen, also Fisch ist eine der Hauptnahrungsquellen, einen Fisch gefunden zu haben, dann schnellt er eben mit dem Schnabel ins Wasser, macht den Schnabel aber auch nur so weit auf, wie das notwendig ist, um den Fisch eben da raus zu Stäbchen essen. Und ja, hat ihn dann sich geschnappt und alles Weitere hatten wir ja schon besprochen. Weitere Nahrungsquellen sind, ich zähle einfach mal auf, der Vollständigkeit halber. Ja, also wie schon gesagt, Fische dann auch in große Rolle spielen Rundmäuler. Rundmäuler, auch Kiefernlose genannt, sind die älteste Form des Wirbeltiers überhaupt. Die haben es noch nicht geschafft, einen Unterkiefer auszubilden, haben aber schon eine vollständige Wirbelsäule, zählen damit also schon zu den Wirbeltieren, aber wie gesagt, die ganz, ganz primitiven. Prominenter Vertreter ist das Neunauge. Das sind also auch quasi Fische, aber da Fische einen Unterkiefer haben, sind die Rundmäuler eben evolutionär noch eine Runde vor den Fischen. Dann sind natürlich häufig Amphibien, zum Beispiel Frösche, eben nicht, Frösche und Molche vor allen Dingen, also Molche, Schwanzlurch, Frosch, nicht Schwanzlurch, Froschlurch heißen die und sowas in die Richtung, die spielen eine große Rolle, aber hin und wieder auch Schnecken, schlicht und ergreifend, Kröten generell, die sind ja keine Frösche streng genommen und ja, in Deutschland im konkreten Fall sind es Ellritzen, Bachschmerlen, Bachneuau, Neunaugen, Flussneunaugen und ja eben bei den Amphibien alles mögliche, auch die Ringelnatter wird ganz gerne mal gegessen, Blindschleiche soll wohl auch schon gefuttert worden sein, nicht der Feuersalamander, der sieht bekanntermaßen nicht so aus, als könnte man ihn essen und das ist auch gut für ihn, außerdem Schwimmkäfer, Wasserkäfer, Larvenstadien von den selbrigen und Köcherfliegen wie Libellen generell. Nur selten werden Säugetiere wie Mäuse, Ratten, Wühlmäuse, Spitzmäuse etc. pp. verzehrt, das liegt einfach daran, dass er sich darauf nicht spezialisiert hat, anders als inzwischen der Weichstorch. Der Weichstorch galt ja früher mal aus ausgesprochener Froschspezialist, dass der sich ganz viele Frosche besorgt hat, dass es Frösche dann nicht mehr gab, weil wir keine Wiesen mit Fröschen mehr hatten, weil durch den Strukturwandel unserer Landschaft und so weiter. Das war wahrscheinlich mit der Hauptgrund, gehen jedenfalls viele von aus, weshalb der Weichstorch so furchtbar selten geworden ist und in den 80er Jahren quasi nur in Weichstorch-Voliären gesehen werden konnte, freilebende Weichstörche, hat es da nicht gegeben. Inzwischen sieht man die wieder relativ häufig, bis hin zu sogar richtig, richtig oft. Und das lag vor allen Dingen daran, dass der Weichstorch erstmal umschulen musste in Deutschland, eben nicht mehr auf Frösche zu gehen, sondern jetzt auch auf Mäuse und andere Kleinstorgetiere, was er getan hat, was für ihn funktioniert hat und deswegen hat er auch wieder zugenommen. Für den Schwarzstorch war das nie notwendig, die paar Tümpelchen, die er für seine geringen Individuen zahlt, wie gesagt, das ist ein seltener Vogel, immer schon gewesen, braucht, die hat er meistens gefunden und die Wälder mit Feuchtgebieten, wo er sich wohlfühlt, das sind auch so die letzten Naturwälder, die tatsächlich auch übrig geblieben sind. Häufig hat es sich nicht gelohnt oder war zu schwierig, bestimmte Feuchtgebiete trocken zu legen, wo der Schwarzstorch sich wohlfühlt und die wären forstlich auch kaum nutzbar gewesen, weil da nur wenig Holz rumstand, das irgendwie sinnvoll gewesen wäre, weshalb wir eben genau in diesen Gebieten weitgehend noch, ja ich sag mal, Naturwälder oder naturwaldnahe Waldgebiete behalten haben, weshalb er eben nie ganz verschwunden ist. Weniger geworden, schon ja, im Laufe der Industrialisierung in der Forstwirtschaft, aber eben nie ganz verschwunden und in den letzten Jahren nimmt er wieder erheblich zu, seit man ja wieder beginnt, den Wald etwas natürlicher zu bewirtschaften, etwas bisher natürlicher zu bewirtschaften und er ist ein großer Gewinner der modernen Forstwissenschaft beziehungsweise der modernen Forstwirtschaft, die Anwendung besagter Forstwissenschaft und breitet sich damit immer weiter aus. Also der Schwarzstorch gilt als eines der schönsten Beispiele, wenn man mal wieder jemandem widersprechen möchte, der behauptet, im Wald würde alles nur schief laufen, das stimmt so nicht, da gibt es einiges, was schief läuft, sicher, vieles davon ist teilweise ein historisches Vergehen der Forstwirtschaft, manches davon kann sie aber auch nichts dafür und an anderen positiven Entwicklungen ist sie sehr wohl eben auch Schuld, in Anführungszeichen, wie eben der Zunahme der Waldvögel. Da muss man an der Stelle erwähnen, alle Vögel in Deutschland, sämtliche Vogelgruppen durch die Bank, Feldvögel, Ackervögel, Wiesenvögel, Gehölzvögel, also Strauchlandschaftenvögel, die haben alle abgenommen durch die Bank, das sind alles immer mehr Bedrohte und werden immer seltener, lediglich ausgesprochene Waldvögel, die ungestörte Waldgebiete brauchen und funktionierende Waldökosysteme als Rückzugsraum, die haben in den letzten Jahrzehnten allesamt zugenommen. Das ist die eine Vogelgruppe, zumindest ist das mein aktueller Stand, wer das besser weiß, weil er Ornithologe ist, der darf es gerne in die Kommentare schreiben, aber letzter Stand, im letzten Bericht zur Lage der Natur, der Bundesregierung, könnte man das so auch zumindest ungefähr herauslesen. Ist natürlich meine Interpretation des Ganzen, auch nochmal hier an der Stelle, wer das anders sieht und eine fundierte Meinung dazu hat, darf das sehr gerne im Rahmen einer Diskussion in die Kommentare schreiben. So, zurück zum Schwarzstorch, jetzt bin ich abgeschweift. Viele Reier und andere Streitvögel, wie eben auch die Gruppe der Störche, hat eine gewisse Superkraft evolutionär für sich entwickelt und das hat sich wohl unter den großen Schreitvögeln rumgesprochen, dass das jetzt viele beherrschen und das sehen wir gerade hier, ihr könnt es ja unten schon lesen, diese Technik nennt sich Flügelmanteln. Ja, da gibt es auch noch einen schönen englischen Begriff dafür, aber ich finde Flügelmanteln trifft es eigentlich ganz gut. Der Vogel erleichtert sich den Beuteerwerb in flachen Gewässern, in denen er bequem stehen kann mit seinen langen Beinen, also wie gesagt, unser Schwarzstorch kann das auch, auch wenn das hier ein Glockenreiher ist, indem er durch seine Flügel eine, ja, Glocke, einen Schirm sozusagen aufmacht, unter dem es schön schattig ist. So, und für ihn als Beutetier in Frage kommende Kleinfische, die sich versuchen vor Feinden zu verstecken, würden vielleicht diesen Schattenwurf seiner Flügel als eine Möglichkeit sehen, oh, da ist es dunkel, da werde ich nicht gesehen von möglicherweise dem Storch, ne, und dann verstecke ich mich da in diesem dunklen Bereich, damit ich eben nicht entdeckt werde und kann mich da sicher irgendwo unterm Stein verkriechen und so weiter und dann habe ich da meine Ruhe. Und das ist eben genau die Technik, um eben den kleinen Fischen Sicherheit an einer dunklen Stelle zu suggerieren, macht er hier eben diese dunkle Haube sozusagen. Und man vermutet, dass es noch einen zweiten positiven Effekt haben könnte, nämlich, dass durch den Schatten die Reflexion des Wassers ausbleibt. Wer schon mal versucht hat, mit einem Fischsperr oder was, irgendwas aus dem Wasser rauszusperren, ich habe das mal im Rahmen von ein kleines bisschen Survival-Spiel und Spaß, mal mit so einem Fischbär versucht, Gummibällchen aus dem Wasser zu spießen. Ich wollte ja kein Tier verletzen, schon gar nicht, wenn man nicht weiß, was man tut, aber das erwies sich als verdammt schwierig, weil die Spiegelung des Wassers, gerade wenn du in einem schrägen Winkel mit dem Stock da rein stocherst, dann kommt der Stock in dem, was du unter Wasser siehst, an einer völlig anderen Stelle raus, als da, wo du reingestochen hast, weil das halt eben durch die Spiegelung alles so ein paar Zentimeter vertauscht ist. Also da gibt es einfach so eine Lichtbrechung, schieß mich tot, effekt keine Ahnung, bin kein Physiker. Aber das Problem haben vielleicht eben auch die Störche, dass da, wo sie mit dem Schnabel reinstechen, nicht unbedingt der Ort zu sein scheint, eben durch diese Lichtbrechung, wo ihr Schnabel dann letzten Endes eigentlich auf dem Boden aufkommt, beziehungsweise auf dem Fisch aufkommt. Und das umgehen sie eben durch dieses Flügelmandeln, was wir hier so schön gerade eben gesehen haben. Ich lasse jetzt hier das Storchmaterial noch durchlaufen. Ist also hochgradig klug und evolutionär sehr stark angepasst. Durchaus vorstellbar, dass die Vögel sich das auch gegenseitig beieinander abgeguckt haben. So nach dem Motto, ey, der Reiher, der sieht so ein bisschen so aus, so wie ich. Der scheint so ein bisschen so ähnlich Beutezug zu machen wie ich. Und hey, der Reiher hat da so eine krasse Technik entwickelt. Dann, das kriege ich doch auch hin. Und also das kann man relativ häufig beim Schwarzstorch beobachten, dass er eben diese Flügelmanteln einsetzt. Ganz besonders spezialisierte Tiere, die diese Technik erst ordentlich gut beherrschen, sind sogar in der Lage, mit dem Flügelmanteln so ein bisschen zu suggerieren, dass sie wirklich den Schatten einer Höhle auf den Boden werfen. Und da, wo diese Höhle zu Ende ist sozusagen, wo der Fisch aus diesem Schattenloch wieder rausschwimmt, ein Lichtfleck entsteht, weil da halt eben der Flügel nicht mehr ist. Und das ist genau der Ort, wo sich der Hals vom Vogel befindet, wo er quasi mit dem Schnabel drüber steht. Und diesen sympathisch aussehenden Ausgang dieser Höhle insbesondere, da schwimmst du ihm quasi direkt in den Schnabel, mehr oder weniger. Und dann braucht er nur noch einmal runter, zack, und schon hat er seinen Fisch. Also wirklich sehr spezialisierte Jäger. Schwarzstörche sind so ein bisschen der Symbolvogel des ungestörten Waldes und vor allem des störungsarmen Waldes geworden. Sie sind außerordentlich scheu, sie mögen es überhaupt nicht irgendwas mit Menschen zu tun haben und die Chance, einen Schwarzstörch mal anzutreffen, steigt umso mehr, je weiter und je tiefer man in den Wald reinläuft. Und das macht sie natürlich zu einem großen, großen Erlebnis und Gänsehaut-Moment. Zumindest war es bei mir so, wenn man wirklich mal einen echten freilebenden Schwarzstörch zu sehen bekommt, weil dann ist man offensichtlich hier am Herz des Waldes gefühlt angekommen. Der Storch kann ja fliegen und kann genau abschätzen, wo er besonders weit weg ist von möglichen Störquellen von außerhalb des Waldes. Und solche Orte sollte man sich wirklich tunlichst merken und sie niemandem verraten und da dann gegebenenfalls wieder hingehen, wenn man gerade mal einen verdammt schlechten Tag hatte. Ich würde mir schon bevorstellen können, dass der Storch da einen Insider-Tipp für einen eventuell hat. Ja, vielleicht habt ihr schon mal einen gesehen. Wenn ja, würde mich interessieren, wo und unter welchen Bedingungen, wenn ihr es mir in die Kommentare schreiben wollt. Das wäre wirklich interessant, weil, wie gesagt, die sind verdammt schwierig zu entdecken in Deutschland und schlicht auch einfach selten, nach wie vor. Nochmal, nicht bedroht, auch ihr Lebensraum ist im Regelfall nicht bedroht. Es gibt hier und da so ein ganz paar Fälle, wo man mal ein bisschen ungünstig für den Schwarzstorch Windkraftanlagen errichtet hat. Das ist also definitiv einer der Vögel, die da ein Stück weit drunter leiden. Ist aber jetzt auch nicht so, dass dadurch der Bestand zusammengebrochen wäre, gar nicht. Also es gibt Einzelfälle, wo das mal passiert. Deswegen wird ja auch eine Naturprüfung gemacht vor dem Bau einer Windkraftanlage im Wald, um zu gucken, ob da möglicherweise unter anderem ein Schwarzstorchhorst in der Nähe ist und Schwarzstorchhorste sind durchaus Gründe, weshalb da eine Windkraftanlage an der Stelle zum Beispiel nicht errichtet werden kann. Also das ist berechtigte Kritik an der Windkraft. Wenn man den Schwarzstorch sehr liebt, dann darf man da vielleicht eventuell oder muss da gewisse Abstriche hinnehmen, wenn man beides dann haben möchte. Gut. Ansonsten war es das, glaube ich, an der Stelle. Klar kann man noch ein bisschen mehr zu dem Vogel erzählen, aber ihr wisst ja die Zeit und ansonsten bis morgen. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, es neigt sich dem Ende entgegen der Benz-Kalender. Also allzu viel kommt da wohl möglich nicht mehr. Aber morgen habe ich nochmal auf jeden Fall was und übermorgen auch. Also. Und ich glaube, Moment, was ist denn heute? Heute ist der 21. Dementsprechend habe ich auch über übermorgen nochmal, also logischerweise noch drei Türchen. Ihr könnt es euch ausrechnen. Bis morgen auf jeden Fall. Macht's gut.